wunderschönen guten morgen meine freunde in deutschland ist es jetzt nachts irgendwann eins ist in letzter zeit viel zu kurz gekommen herzlich willkommen auf kotao es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe jetzt gerade mal, dass man das noch ein bisschen sehen kann, wie steil das hier ist Ich zeig's mal kurz und zwar Der Markt steht jetzt ungefähr 5 Meter von mir weg Und gefühlt sind die Füße höher als sein Kopf Ich kann nur cash, ich kann nur starke Ich kann nur gar zu machen, ich kann nur gar zu machen, kann nur gar zu erleben, aber Don't worry, don't worry, don't worry Don't worry, be happy Don't worry, don't worry, don't do it, be happy A smile on your face Don't bring everybody down like this Don't worry It will soon pass, whatever it is Don't worry, be happy Be happy In every life we have some trouble But when you worry, you make it double Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry, don't worry, don't worry Da habe ich schon mal eine ganz anständige Muschel gefunden, würde ich mal behaupten. Geiler Scheiß. Das Schnorcheln hat jetzt hoffentlich geklappt. Und es sind ganz schön oder zumindest ein paar schöne Aufnahmen geworden. Nun gut, also einmal muss ich ja die Straßen filmen wie sie hier aussehen. Deswegen setzen wir jetzt das Ding auf den Kopf und fahren jetzt mal los. Und hoffentlich sieht man auf den Bildern ein bisschen was hier gerade wirklich los ist. Ich bin ein bisschen verboten, aber ich bin ein bisschen verboten, wie sie hier aussehen. Bis zum nächsten Mal. Ein kleines Schmankerl hätte ich noch, wenn man so die Roller anguckt, dann sieht man ganz klar, dass eine einzige Sache fehlt und zwar die Vermietung war so freundlich, hat uns Roller gegeben ohne Kennzeichen. Jetzt sage ich mal so, herzlich willkommen auf Koh Samui. Bestimmt hat auch wieder irgendeiner einen Film von der Insel gemacht, ich suche mal schnell und zeigen. Das ist ein Film von der Insel gemacht. Wieder vergeht ein Tag, an dem wir nur vom Essen und vom Trinken ein Foto gemacht haben, den Pool geht. Herzlich willkommen an dem wohl süßesten Airport, an dem ich je war, in Koh Samui. Wir machen jetzt gleich mal eine kleine Rundfahrt, wie das hier aussieht, hat man den Charakter von einem Freizeitpark. Der letzte Mal ist dran, wie das hier ist, hat man den Charakter von einem Freizeitpark. Herzlich willkommen zum letzten Tag Thailand. Morgen früh dürfen wir auch schon wieder am Flughafen. So meine Damen und Herren, wir sehen uns beim nächsten Mal. So meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Ist klar, heißt nur eins, Thailand ist vorbei, endet jetzt genau an dieser Stelle. Ciao, ciao.